Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Freitag, den 14. Dezember. Heute haben wir dabei YouTube, Konami, Apple, Tumblr und Google Maps. Beginnen tun wir mit YouTube. Die haben wir ein paar Zahlen veröffentlicht zum Ende des Jahres. Und die beeindruckende Zahl ist, 58 Millionen Videos wurden im letzten Quartal von YouTube entfernt. Und zwar, weil sie gegen die Policies von YouTube verstoßen haben. Gleichzeitig wurden auch 1,7 Millionen Kanäle und 224 Millionen Kommentare entfernt. Also YouTube räumt auf. Nächstes Thema, Konami. Die haben jetzt in Konkurrenz zu FIFA, dem sehr populären Videospiel, ihres PES 2019, also Pro Evolution Soccer 2019, das Konkurrenzprodukt, als Lite-Version, als Free-to-Play-Version, auf Xbox One, PS4 und auf dem PC veröffentlicht. Ja, man kann da halt einfach easy und einfach spielen. Man kann aber natürlich auch Geld investieren und sich ein paar extra Features kaufen. Und ja, wer Lust hat, für ein kleines Spiel, für umsonst, ist es auf jeden Fall eine gute Alternative zu FIFA. Apple, die haben jetzt Pläne bekannt gegeben, dass sie halt neue Campus aufmachen wollen. Und zwar in Seattle, San Diego, L.A. und auch in North Austin. Und in North Austin haben sie bereits 6.200 Angestellte und das ist die größte Anzahl von Apple-Angestellten außerhalb von Cupertino. Aber sie wollen da initial nochmal 5.000 neue Arbeitsplätze schaffen und langfristig nochmal 10.000 mehr. Und das Ganze soll eine Milliarde US-Dollar kosten. Also auf jeden Fall große Pläne. Austin ist, ja, ich würde sagen es immer in Deutschland, vergleichbar zu Münster, eine Studentenstadt mit einer großen Uni, große Community. Und dort sind auch viele Startups angesiedelt. Also von daher auf jeden Fall, ich glaube, ein guter Plan von Apple. Nächstes Thema, Tumblr. Tumblr ist gar nicht mal so bekannt in Deutschland. Und Österreich und der Schweiz. In Amerika war es mal relativ groß. Und Yahoo hat es ja für eine Mordsumme mal gekauft. Tumblr ist eine Blogging-Plattform. Und die hatten vor ein paar Wochen Probleme wegen Kinderpornografie. Und deswegen hat Apple sie auch aus dem iOS-Store rausgeschmissen. Und mittlerweile haben sie das adressiert mit neuen Community-Guidelines. Und dementsprechend ist die Tumblr-App jetzt auch wieder im iOS-Store zur Verfügung. Man kann sie nicht wieder runterladen, wenn man sie nicht eh schon hatte. Und ja, auf jeden Fall. Ja, schöne Sache, dass sie das adressiert haben und zumindest angehen. Letztes Thema für heute ist Google Maps. Die haben ja schon seit Längerem beispielsweise eine Uber-Integration. Sprich, wenn man von A nach B will in Google Maps, dann bekommt man auch einen Vorschlag für ein Uber, das man nehmen kann. Und jetzt haben sie eine Kooperation mit Lime. Lime bietet unter anderem elektrische Tretroller an und elektrische Fahrräder. In Deutschland beispielsweise, weil die Tretroller ein rechtliches Problem haben, gibt es in Berlin beispielsweise die Lime-Fahrräder mit Elektro-Unterstützung. Aber zum Beispiel in Paris gibt es die Tretroller mit Elektro. Und Google Maps, wenn man jetzt von A nach B will, bietet einem als Option entsprechend auch die Lime-Option an. Sprich, man sieht, welche Elektro-Tretroller oder Fahrräder in der nächsten Nähe sind. Und wenn man da draufklickt, wird man halt direkt in die App geleitet. Und wenn man die nicht hat, dann ab in den Apple App Store oder in den Google Play Store. Ja, schöne Sache. Ich würde mich aber freuen, wenn da auch noch mehr Konkurrenz am Start wäre. Gerade bei den Elektro-Tretrollern im Ausland gibt es ja mehr als Lime. Ja, und das war es auch für heute. Ich wünsche euch einen guten Freitag, schönen Arbeitstag, schönen Schultag. und habt ein großartiges Wochenende und ja, bleibt positiv. Bis dann, ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.